hallöchen freunde servus schön dass ihr wieder eingeschalten habt ich habe länger nicht gespielt ich muss mich erst mal wieder zurecht finden hier wir waren im tv-nachrichtenstudio network dingsbums gut finde die server im keller kriegen wir hin gut das war so ein abkürzungsweg hier ja genau hier ist zu hallo kann ich hier rein keine ahnung wo ich lang muss warte mal von hier kommen wir kommen wir nicht von hier wie das gefühl dass wir von hier kommen wir müssen auch im keller müssen runter wir gehen runter warum läuft der feuerlischer ich höre auf jeden fall was leck mich am arsch meine fresse erschreckt mich doch nicht so junge was ist denn kaputt mit dir ist jetzt aus kommt der rein sieht nicht so aus als wenn er so heller wäre was mit dir warte mal kann ich den eine rein oder reinballern hier ich kann mir raten wenn ich die anschmeiße kommen wieder horden von zombies dadurch es ist noch ein von nach okay drei stück Was war das? Und da müsste der andere sein, richtig? Richtig. So. War klar. Der Schreier. Hast du der Schreier hier? Alles klar. Wir haben schnell den Strom angeschaut. Wo rufst du denn weg hier? Sag mal. Ich glaube es hackt. Easy. Gar kein Problem für uns. Lass mich raten. Die sind jetzt tot da oben. Warte mal. Wo waren die denn jetzt nochmal? Was? Filze. Achso. In den Konferenzraum in der ersten Etage. Ach, flitze. Nicht filze. Filze den Konferenzraum. Du kommst ja nicht raus. Geht raus. Hey. All right. This isn't so bad. Hey. Lauf doch nicht weg. Komm raus. Können wir die Tür zu machen, bitte? Esther. I was too late. It got them. Esther. It's in here with us. Fuck. Hold on. I'm on my way. Joa. Ne? Achso. Wir haben alles. Okay. Da geht es auch lang? Oder was? Ah. Okay. Ich hasse diese Flieger. Boah. Fick dich. Komm her, du. Wieso? Wieso? Fuck. Ich häng fest. Ah. Du Sau. Das war mehr Glück als verstanden. Noch einer? Boah. Alter. Fuck. Wie viele? Fuck. Alter. Okay. Mit zwei habe ich nicht gerechnet. Alter. Okay. Boah. Das sind so richtig fiese Dinger, ne? Hallo? Den können wir doch von hier gut wegsnipern, glaube ich, ne? Hier ihr seid, ihr Gaule. Lass ihn allein. Hallo? 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 Scheiße. Edward mit den Scheren hinten, bleib hier. Wo kamen die anderen beiden jetzt weg? Oh mein Gott! Nur noch einen Scheißschuss. Fick dich! Komm herr, du hast. Ja, komm herr. Fick dich Mosa Fuck, der verfickte Cut-Reichweite. Wo ist er? Oh, mein Gott. Oh, fuck, die Wand an. Oh, Alter. Warum kann ich keine Waffen aussehen? Oh, okay. Oh, mein Gott? Ich werde es öffnen. Sie haben ihre 50 Minuten von Waffen. Ja. Sie sind alle gut da? Wir sind gut. Fuck. Without Sie, wir wären wir wie die anderen. Ich werde die Schubert. Wir müssen uns alles anziehen. Und dann mit den Körper. Und dann was? Leckomio. Meine Fresse. Das war heftig. Warum der kann weg? Der kann auch weg. Warum kann der nicht weg? Der auch nicht. Kein Plan. Klauen lässt verstimmen lassen. Okay. Achso, da geht's raus. Raus hier. Hölle. Schön. So. Gehe zu Apartment 2C. Machen wir jetzt mal Hauptfest weiter langsam. Habe ich jetzt gerade keinen Nerv drauf. Sieht's aus mit dir? Oh no. Leckomio. Den hab ich völlig vergessen. Stehen bleiben. Fuck, fuck, fuck. Was ist der Stacheltyp? Was ist der Stacheltyp? Das ist immer auch ein paar Metzeln hier. Soll ich jetzt noch mal zwei Minuten Ruhe hier? Oh, ist ja schlimm. Da muss ich sogar rein. Ah, ist zufällig richtig. Die Tochter hat wohl ganz gut aufgeräumt hier. Was? Tisha. ...nackelbombe. Was? Wundert ihr euch nicht, wie ich hier herangekommen bin? Reuben muss sein, wenn es die CDC ist. Er ist der schädigste Mann der ganzen Welt. Oh! Hey! Oh, dieses Ort ist nur großartig. Keine Wunderschöne, dass du es selbst hältst. Ich glaube, es ist ein nicht so secretes Geheimnis. Nur nicht sagen die anderen, dass wir hier sind. Hey, und nicht essen alle die Zähne. Ich hoffe, ihr dröhnt euch nicht zu, ihr Kids. Wir haben schlimmere Probleme gerade als Kiffen. Hi! Ja, ich bin der Klub. Und diese Bär-Foot-Women, komplett doolally, kam zu mir aus, und versucht mich zu töten. Nichts hat sich nicht richtig gemacht, seitdem. Dann, gerade jetzt, ich gehe in dein Vater, und BAM! Da ist sie, mit ihm. Name ist Conrad. Auntie Lola? Warum ist sie hier? Ja. Ihr Auntie ist waltzend durch diesen Wunderschönen, wie es nur noch ein paar Tage ist. Das ist ziemlich verrückt, sogar für sie. Es ist so, dass wir beide ein paar Antworten haben. Wir gehen zurück zum Hotel, ja? Nicht passieren. Du hast einen besseren Plan? Okay. Gah, warte. Wir beide wollen wissen, was passiert mit Dad. Right? Wenn ich dir eine Direkt-Line zu Lola eine Direkt-Line zu geben, kannst du mir mehr Zeit für investigieren? Keep talking. Look, da ist ein Daten-Blackout, ja? Keine Internet, keine Ahnung. Aber unser resident-Hacker Ava hat gefunden, Daten-Packets routiert zwischen den Serling, CDC-HQ und den Rand-Gate-Bilden. Es könnte uns auf die Frage, was Dad verabschiedelt. Mhm. Und die Direkt-Line zu Conrad? Ich habe eine Co-Phrase. Look, du gehst zu einer OS-K-Store und sagst 12 Sambuka-Karaoke-Queens zu der OS. OS-K? Warte. Du sagst mir nicht, sie ist das Konrad? Ja. Und wenn sie involviert ist, etwas wildes. Ich bin für wildes. Aber wir haben unsere Erfahrungen. Ja? Ja, ich war das gleiche. Cool. Willkommen zum Mushroom-Club. Willkommen zum Mushroom-Club. Willkommen zum Mushroom-Club. Wenn du einen Zombie-Diener schlägst, wird beim Aufprall eine kraftvolle Explosion ausgelöst. Ja, das ist jetzt nicht so meins. Wenn du einen Zombie verstümmelst, entsteht und dreht meine Fütze aus Brennen. Das wäre mal ganz interessant. Weil ich habe keinen Plan, wo ich Mutantenherzen herkriege. Anzapfen. Präzisionsschläge. Wenn du einen Zombie tötest, wird zusätzlich Raserei erzeugt. 511. Nett. Nehmen wir. Ähm, was können wir denn hier recyceln? Der geht auch nicht. Ja, der Drache. Der geht. Den würde ich gerne behalten. Den mag ich. Oh, der macht richtig damage. Den könnten wir loswerden. Komm, die Schrot lassen wir auch weg. Lola Conrad. Billionaire, Visionärer, Founder von Konrad Realities. Hälfte der Welt benutzt ihre OSK-Technik, aber niemand sieht sie. Und sie kam und fand mich, und wuchs etwas in mich auf. Aber warum? Okay, äh, 48 Meter da hin. Gehen wir mal hier lang. Hier war ich doch schon mal drin. In einen Scope. Okay, und du? Lokalisiere und starte die Server neu. Server sind hier. Ich brauche nur einen dieser herzlichen, hilflichen Staffnerden, um mir ihre Pass zu geben. Tschau. Mache Jagd auf Henry und seine Schlüsselkarte. Wo ist er denn? Henry. Hast du Henry? Ah, du bist auch nicht so gut. Henry? Henry? Okay, der muss irgendwo hier sein. Oh mein Gott. Henry, es ist Danny. From work? Barrier Pass, yeah? Habe ich ihn jetzt aufgesammelt? Habe ich ihn jetzt aufgesammelt? Kein Problem, ey. Alles easy. Hm, hm. Hm, hm. These are servers, all right. I think. Geh kritzeln. Oh mein Gott, wie viele haben wir neu? Eiskalt serviert. Deine Rache wird süß sein. Locker Angriffe oder leide Schaden durch Zombies, um Raserei aufzubauen. Ah, nee. Was haben wir hier? Zwei neue. Entflesse deine unaufhörliche Wutöte im Raserei Modus Zombies, um deine Raserei wieder aufzufüllen. Und länger wütend zu sein. Pff, das ist geil. Autofragefähigkeit. Ah, haben wir voll. Könnt ihr einen moderaten Boost für deine Zähigkeit gegenüber physischen Angriffen zum Preis von leicht reduzierten Widerstands gegen Feuer? Hm, finde ich das tatsächlich besser, aber welche tausche ich aus? Nach dem Tod ins Gesicht, Konter und Zombies, fühlen sich Gesundheit auf? Komm, nehmen wir den hier und tauschen den mal aus. Numen sind immer noch gespielt. Okay. Alter, wie viele Karten haben wir? Autofahrfähigkeit. Atme den Schmerz weg. Wenn du unter einem schädlichen Statusverkleidung leidest, erhältst du einen Schadensboost. Du bist nicht aufzuhalten. Angriffe auf. Niedergeschlagene Zombies erhalten einen kleinen Schadensboost. Vom Skalpell zum Vorschlag haben wir. Verstimmle einen Zombie, um einen moderaten Schadensboost zu erhalten. Okay, was haben wir hier? Autofahrfähigkeit. Reiß sie in Stücke. Im Raserei-Modus erhalten deine Angriffe einen großen Boost für Schaden und Kraft. Allerdings wird dadurch Raserei aufgebraucht. Das ist ja nicht so geil. Achtung, klassische Beziehungen. Durch Nahkampfangriffe im Raserei-Modus werden Zombies aufgelöst. Allerdings wird dadurch zusätzlich Raserei verbraucht. Aufgelöst klingt auch geil. Du explodierst gleich. Im Raserei-Modus lösen deine Angriffe bei auftretenden Explosionen aus. Allerdings wird dadurch zusätzlich Raserei verbraucht. Gibt schon interessante Fähigkeiten, ne? Okay, wir starten einmal. Ist das nicht so ein Sculpting? Oh mein fucking Gott. Wir sind geschlossen. Ich bin mit dir, bevor ich die Zombie-Comphe kenne. Und wir sind zurück in der Linie. Wir machen das. Sind die jetzt verschwunden? Sind sie lost? Oh, jetzt geht's. Von der Grieke root. Meaning, last. Nicht was ich wollte. Patch mich durch zu Lola Conrad. Eh, bitte? Hey, ich bin Dr. Reed. Bet du kannst mich, Ruben. Noah, sie sagten mir, dass etwas in mein Blut... Ja, ja, schau. Wir bleiben deine specialität zwischen uns für jetzt, okay? Uh, okay, sure. Aber es geht um eine Kür? If our preliminary results are right, then you have a miracle in your blood. Now that we've found you, humanity stands a chance. Cool. So, what happens to me? You just take some blood, or...? We need to get you to our lab on Ocean Avenue. We have the equipment there, and answers to all your questions, I promise. Okay, you're the doctor. This other immune survivor just slipped your mind, eh, Doc? Zephron, it didn't work. The level spiked again. Fried the whole rig. Nah, not ideal. And our friend Noah? Uh, we need a new candidate. We haven't found anyone else. There has to be someone. You know what's at stake. Keep looking. The fuck did I just hear? I need to find this lab. Okay. Did someone just text me? I haven't had a signal on days. Die geschickte Bilddatei, Dr. Reeds... Okay. Was muss ich machen? Nutze die geschickte Bilddatei, um Dr. Reeds in a labo zu finden. Was für eine geschickte... äh, Datei hier? Mhm. Erstmal tausche ich hier. Das kommt erstmal raus, und das kommt rein. Okay, 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 okay. Summelstücke, Baupläne, nee. Aufzeichnungen. Auch nicht. Ah, wir haben glaube ich schon alle gefunden, ne? Okay, okay, okay. Aber wo finde ich jetzt diese komische Datei hier? SMS und so? Ich check's nicht. Äh, ich würde sagen, das gucken wir uns einfach in der nächsten Folge an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, und bis bald. Tschüss.